Stannu-Asana, auch genannt Stannvasana, ist wörtlich die stehende, die bewegungslose Stellung. Stannu heißt unbeweglich, heißt aber auch stumpf, stock und pflock. Garote schreibt in seiner Enzyklopädie of Classical of Traditional Asanas, dass Stannu-Asana in manchen Texten erwähnt wird, aber nicht genauer beschrieben wird. Gemäß der Tradition ist Stannu-Asana, ein anderer Bezeichnung für Tadasana, Samastiti, das aufgerichtete Stehen. Raffaela zeigt, wie es geht. Fersen zusammen, Zehen zusammen, Hauptgewicht auf den Fersen, Quadrizeps, also vordere Oberschenkelmuskeln leicht angespannt, um die Knie etwas hoch zu heben, Gesäß leicht angespannt, um den Beckenkamm nach hinten zu kippen, Brustkorb nach vorne, Schulterblätter nach hinten, Kinn leicht eingezogen nach hinten, Nacken lang und dabei die Arme vollkommen entspannt. So stehst du bewegungslos wie ein Stock, wie ein Pflock, ein Pfosten. Und das ist Stannu-Asana, die unbewegliche Pfostenhaltung.